Ich bin bewaffnet und bereit für den nächsten Kampf, ich spür das Adrenalin und meine Gegner Angst, sie haben größere Zähne und dickere Haut, manche spucken Feuer, andere haben Gift in ihrem Maul, aber ich hab jeden Test bis hier geschafft, wegen ein paar Kannivoren mach ich sicher nicht... Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen ARC-Wissen zum Mitnehmen-Folge. Heute dreht sich alles um die Rüstung, die es in ARC gibt, bloß noch so Kleinigkeiten wie zum Beispiel der Bergbauhelm und ja, ein paar Kleinigkeiten halt, die es sonst noch gibt. Ich versuche euch immer ein bisschen was zur Rüstung zu sagen, so einen allgemeinen Verwendungszweck, so ein bisschen was zu den Werten und dann würde ich sagen, starten wir mal direkt mit der ersten Rüstung. Jeder kennt sie, die Stoffrüstung. Ich meine, die Stoffrüstung, Leute, nicht wundern, wenn ich bis nach links gucke, hier habe ich mir alle Notizen auf so einem kleinen Teleport draufgestellt, weil einfach ein bisschen viel zum Ablesen. Also nicht wundern, wenn ich ab und zu mal da rüber gucke. Also, die Stoffrüstung, auf jeden Fall eine Anfängerrüstung, dadurch, ich meine, klar, ist die erste Rüstung, die man craften kann. Sie hat zehn Rüstungen pro Teil, es gibt fünf Teile, also haben wir eine Rüstung von 50, ist natürlich der geringste Wert aller Rüstungen, außer die Taucherrüstung, da kommen wir mal später zu. Natürlich, sie kann im Inventar hergestellt werden und gibt euch ein klein wenig Isolierung und aber auch ein klein wenig Verteidigung, also in allem nur ein ganz klein wenig. Die zweite Rüstung ist die Lederrüstung. Die Lederrüstung ist ein klein wenig besser als die Stoffrüstung, ihr bekommt hier 20 Rüstungen pro Teil, das heißt, wir sind bei 100 Rüstungen, also ungefähr das Doppelte. Ihr habt eine bisschen bessere Kälteisolierung, die Hitzeisolierung ist nicht ganz so gut. Ihr könnt euch aber das Ganze so ein bisschen merken, sie hat ähnliche Eigenschaften wie der Exosuit von Genesis 2, aber auch da kommen wir später nochmal zu. Und sie wird auch im Inventar hergestellt. So, jetzt kommen die ersten Rüstungen, wo es ein bisschen interessanter wird, Leute. Jetzt kommt die Pelzrüstung. Klar, die Pelzrüstung ist die beste Rüstung, wenn es um Kältdesolierung geht, macht ja irgendwo Sinn. Und ist auch nicht so gut bei Hitze, macht ja auch Sinn. Ich meine, Pelz ist halt einfach warm, ja, es ist halt normal. Natürlich muss man sagen, sie hat 40 Rüstungen pro Teil, also ist damit bei 200 Rüstungen. Man muss auch vornweg sagen, Leute, bei allen Rüstungen, ich gehe halt von der Standardrüstung aus, ja. Klar, könnt ihr bei Bauplänen bessere finden, aber trotzdem ist es so, dass wenn ihr einen Bauplan habt, der, ich sage jetzt mal, Qualität überragend ist, ist die Pelzrüstung immer noch einen kleinen Ticken besser als Leder. Und wie soll ich meinen, aber von der Grundrüstung haben wir auf jeden Fall 40 pro Teil. Natürlich ist es aber so, Leute, die Kältdesolierung, die geht nicht unter Wasser. Das heißt, wenn ihr in einem Eisgebiet ins Wasser geht, bekommt ihr trotzdem Kälteschaden, weil die Rüstung nur außerhalb vom Wasser isoliert. Dazu ist es eine etwas schwerere Rüstung, also die Pelzrüstung wiegt ein bisschen mehr als alle anderen Rüstungen und sie wird in der Werkbank hergestellt. Dann haben wir die Wüstenrüstung, ist meiner Meinung nach irgendwie die stylischste Rüstung im Spiel. Hat natürlich eine sehr gute Hitzeisolierung, aber es macht ja irgendwie auch Sinn. Haben 40 Rüstungen pro Teil, also sind bei 200 Rüstungen insgesamt. Ist natürlich sehr schlecht in Kälte, macht aber auch Sinn. Und hier haben wir, dass der Kopf eine bessere Sicht beim Sandsturm auf Scotch-Earth gibt. Kommen wir zur Gili-Rüstung. Die Gili-Rüstung hat einen sehr, sehr guten Hitzeschutz, also kann man sehr gut in warmen Gebieten auch anziehen. Ihr habt 36 Rüstungen pro Teil, seid dann bei 160 Rüstungen insgesamt. Das Besondere an der Gili-Rüstung ist, wenn ihr die komplette Rüstung tragt, habt ihr 50% mehr auf Schleichen oder 50% schlechtere Wahrnehmung bei Dinos. Das heißt, Tiere, die passiv gezähmt werden, sehen euch zu 50% so gesehen schlechter, was für euch der Vorteil ist, weil ihr könnt euch besser anschleichen. Gerade bei sowas wie einer Mantis zum Beispiel hilft es auf jeden Fall immer einen Gili-Anzug zu tragen. Und natürlich ist der Gili-Anzug nicht so gut, wenn es kalt ist. Dann haben wir die Chitin-Rüstung, meiner Meinung nach eine sehr schlechte Rüstung. Klar, sie hat 50 pro Teil, dann kommen wir auf 250 Rüstung, also hat eigentlich einen guten Rüstungswert. Aber die Herstellung ist kostenmäßig relativ unnütz teuer. Und ihr habt eine schlechte Isolierung bei Hitze und eine ganz okaye bei Kälte. Aber im Endeffekt lohnt sich diese Rüstung eigentlich gar nicht. So, jetzt kommen wir zu den ersten Rüstungen, die man ein bisschen noch fürs Kämpfen benutzen kann. Das ist die Flak-Rüstung. Preis-Leistungs-Verhältnismäßig eigentlich mit die beste Rüstung, die man auch gerade so mal schnell hergestellt haben kann. Ihr habt 100 Rüstungen pro Teil, das heißt seid bei 500 Rüstungen insgesamt. Habt etwas Kälteschutz, eine sehr schlechte Hitzeisolierung. Kann man vielleicht ein bisschen mit einem Gili-Anzug oder mit einem Wüst ein bisschen kombinieren, um sie ein bisschen spielbarer zu machen. Aber ihr habt schon mit 100 Rüstungen, haltet ihr ein bisschen mehr aus. Der Schutzanzug, Leute, bietet 65 Rüstungen pro Teil, sind wir bei 325 Rüstungen insgesamt. Ihr seid damit immun gegen Strahlen, wenn ihr den kompletten Anzug tragt. Braucht ihr zum Beispiel Abhoration, wenn ihr in die verseuchten Gebiete gehen wollt. Ihr habt einen sehr guten Hitzeisolierung und eine nicht so gute Kälteisolierung. So, kommen wir zur Tauchausrüstung. Die Tauchausrüstung hat im Prinzip null Rüstung, außer auf den Beinen fünf Rüstungen, also eins gut wie gar keine, warum immer sie eine fünf Rüstung hat. Aber sie bietet euch Bonis halt unter Wasser. Habt ihr den Helm auf, also die Maske, die Tauchermaske, dann habt ihr eine bessere Unterwassersicht. Zieht ihr das Atemgerät an, also den Brustbereich dieses Anzuges, dann habt ihr unter Wasseratmung unendlich, bis die Brust kaputt geht. Weil beim Benutzen dieses Anzuges bekommt die Brustverlitthaltbarkeit und geht halt dann kaputt. Die Beine bieten euch eine sehr gute Kälteisolierung, was ihr auf jeden Fall im tiefen Unterwasserbereich nutzen solltet. Und wenn ihr die Füße anzieht, dann habt ihr im Endeffekt schnelleres Schwimmen. Aber passt da auf, wenn ihr sie an Land benutzt, seid ihr super langsam damit. Zusätzlich verringert die Atemmaske Sumpf, also im Prinzip Giftschaden, zum Beispiel in der Sumpfcave auf der Island. Die SWAT-Rüstung ist, ich sag mal, vor der Tech-Rüstung, die, ich sag jetzt mal, Rüstung, die am meisten aushält. Wir haben hier 115 Rüstung pro Teil, das heißt, wir sind bei 575 Rüstung, etwas besser als die Flak-Rüstung. Ihr habt etwas Kälteschutz, einen schlechten Hitzeschutz, ähnlich wie auch bei der Flak-Rüstung. Aber mit dieser Rüstung habt ihr den besten Schutz vor Betäubung. Das heißt, wenn ihr angeschossen werdet oder von Dinos angegriffen werdet, die Betäubung aufbauen, habt ihr bei der SWAT-Rüstung die besten Schutz, nicht so schnell umzufallen. Die Tech-Rüstung, Leute, ist natürlich die mit der höchsten Rüstung. Ihr habt hier 180 pro Teil, das heißt, wir sind bei 900 Rüstung insgesamt. Habt eine mäßige Kälte-Isolierung, also Wärme nicht ganz so gut, ein bisschen besser bei Kälte. Ihr habt im Prinzip mit jedem Teil Bonis, aber ihr benötigt damit Element, dass sie funktionieren. Also wir reden jetzt von der Tech-Rüstung, die ihr über Bosskämpfe freischaltet, nicht die von Genesis 2. Der Kopf zum Beispiel bietet euch eine Nachtsicht, wir haben einen Dino-Scanner, also diese Umrandung an und wir haben eine Atemmaske mit eingebaut. Wenn ihr die Brust nutzt, könnt ihr damit fliegen, wenn ihr die Beine benutzt, könnt ihr damit rennen. Ihr habt bei den Händen so einen Powerschlag, den ihr nutzen könnt. Und wenn ihr die Füße so gesehen anhabt, dann habt ihr einen Fallschutz. Das ist für mich eigentlich fast der beste Boni, weil ich kenne das Fallschaden, sterbe ich öfter mal. Natürlich, Leute, brauchen diese ganzen Sachen Element. Das heißt, ihr müsst, um unter Wasser atmen zu können, ein Element in dem Tech-Helm haben, das sich verbraucht. Das seht ihr mal unten rechts. Bei eurem Charakter ist dann dieses Helmsymbol, soweit ihr es benutzt. Auch wenn die Rüstung Element drin hat, bekommt ihr nochmal 200 Isolierung obendrauf. Das heißt, mit Element ist die Rüstung halt auf jeden Fall besser. Aber ich sage, sie muss durch Bosskämpfe freigeschaltet werden, außer ihr spielt auf einem privaten Server und da ist das halt deaktiviert und ihr könnt die sofort craften. Dann haben wir den Exosuit von Genesis 2, den ihr automatisch bekommt, wenn ihr auf der Karte spawnt. Und das ist eine Mischung aus dem Tech-Anzug und der Lederrüstung. Von den Werten, wie viel ihr aushaltet, wie viel Schaden ihr kassieren könnt, ist es wie die Lederrüstung. Außer, dass die nicht kaputt gehen kann. Das heißt, ihr habt eine Rüstung, die halt dauerhaft da ist. Und ihr habt die Fähigkeiten des Tech-Anzugs, wie zum Beispiel unter Wasser atmen, den Scanner, ihr habt den Schlag, das Rennen. Aber sie benötigt kein Element auf Genesis 2. Also ihr könnt die Rüstung auf Genesis 2 einfach benutzen wie ein Tech-Anzug, ohne dass ihr irgendwelche Kosten habt. So, kommen wir noch zu drei einzelnen Teilen, die keine Rüstung sind. Und einmal der Bergbauhelm. Der Bergbauhelm hat 120 Rüstung. Sehr, sehr viel eigentlich für einen Helm. Und ihr habt noch eine Lampe oben drauf, um ein bisschen besser in Höhlen zum Beispiel zu sehen. Die Gasmaske bietet euch Schutz vor Gas und auch Schutz vor Gift. Hat dafür aber null Rüstung. Und während ihr sie tragt, verliert sie auch Haltbarkeit. Also die geht auch kaputt. Und als letztes haben wir die Nachtsichtbrille. Die gibt, wie der Name schon sagt, einfach eine Nachtsicht. Hat auch null Rüstung. Wird oft, glaube ich, im PvP benutzt. Kenne ich ja nicht ganz so gut aus. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. So Leute, jetzt haben wir, denke ich mal, kurz und bündig alle Rüstungen durch. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen geholfen. Falls ich wusste dir das ein oder andere noch nicht, schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr ja alles davon wusstet. Und zusätzlich könnt ihr mir gerne schreiben, was soll ich in den zukünftigen Arc-Wissen zum Mitnehmen folgen. Ja, machen. Also ich meine, hier können wir ja alles im Prinzip präsentieren. Oder generell habt ihr andere Videos, Videos, äh, andere Video-Wünsche. Auch das sehr gerne in den Kommentaren. So Leute, dann vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis zu her. Ihr wisst, Abo und Like würde mich mega unterstützen. Genauso wie ein Kommentar. Oder wenn ihr das Video irgendwo teilt. Und dann würde ich sagen, euch noch einen schönen Tag. Bis denne. Ciao. Oder schau dir an, was meine Timeline sagt. Erklären Updates und News, leicht und smart. Haben zu jedem Problem mein Guide parat. Wenn's dir gefällt, wär ein Abo und ein Like echt stark.